Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fast jeden Tag kann man irgendjemand mit etwas über so Zonloch und die damit verbundenen Gefahren lesen. Wenn man die Freizeit oder die Ferien also am liebsten so verbringt, sollte man sich und seine Haut unbedingt vor der Sonne schützen. Diese ultravioletten Strahlen, das kurzweiligste Licht der Sonne, sind nämlich nicht nur für das Braunwerden verantwortlich, sondern auch für den Sonnenbrand und grössere Schäden, weil diese Strahlen zum Teil weit in die Haut eindringen. Bis zu einem gewissen Grad kann sich die Haut durch vermehrte Pigmentbildung selber schützen. Man wird braun. Bei starker Sonne aber, am Meer oder in den Bergen, reicht der Eigenschutz nicht mehr und muss durch das Sonnenschutzmittel verstärkt werden. Die drin enthaltenen Filterpartikel wirken genau gleich wie der natürliche Schutzschild der Haut und lassen nur noch einen Teil der Sonne durch. Ein Sonnenschutzmittel verhindert also nicht, dass man braun wird, aber man ist besser gegen Sonnenbrand geschützt und die Haut bleibt geschmeidig. Und wenn Sie jetzt vermuten, dass es einen Grund gibt, warum ich so viel von UV-Strahlen und Sonnenschutzmitteln erzähle, dann haben Sie ganz recht. GOB offeriert Ihnen nämlich zurzeit diverse, bekannte Sonnenschutzmittel zum ferienfreundlichen Aktionspreis. Am besten decken Sie sich bei dieser Gelegenheit gerade für die ganze Saison ein. Für frischen Modewind sorgt GOB mit der Kosmetiklinie Young Style von Beldam. Die Trendsetterinnen finden nämlich jetzt bei GOB alles für den neuen Look. Das Leidschatten-Lippenpuderset inspiriert zu frechen Ideen und starken Augenblicke. Pflegende Mini-Lippenstifte wie praktische Begleiter in den spannendsten Farben der Saison. Perfekt assortierter Nagellack, modisch bis in die Fingerspitzen. Young Style von Beldam, das ist Schönheit von GOB. Gerade drei verschiedene Neuheiten aus einem abwechslungsreichen GOB-Angebot kann ich Ihnen heute vorstellen. Der Jahreszeit entsprechend kommt GOB-Star mit einem neuen Eismilk-Klutscher heraus. Der erfrischende Exotik-Klutscher hat eine Sorbet-Aprico-Füllung und es gibt ihn auch in einer praktischen Achterpackung. Auch im Tiefkühl-Rayion werden Sie bei Ihrem nächsten Besuch in einer GOB-Platten das Knoblauchbrot von GOB-Star entdecken. Das Knoblauchbrot ist gefüllt mit einer würzigen Knoblauch-Buttermischung. Es ist bereits in portionengerechte Stücke vorgeschnitten und entfaltet nach wenigen Minuten im vorgeheizten Ofen seinen köstlichen Duft. Viele haben gerne einen kräftigen oder rezenten Käse. Viele, aber nicht alle. Wer es lieber ein bisschen milder hat, sollte jetzt einmal im GOB-Platten am Käsegestell schauen. Seit kurzem ist dort nämlich den Troubadour anzutreffen. Ein milder Schweizer Halbherdkäse, welches sich sehr leicht isst und welches auch Kinder gerne haben. Warum der Käse Troubadour heisst? Vielleicht, weil man beim Geniessen fast ein wenig ins Schwärmen kommt. Auch heute wieder Hinweise auf aktuelle Aktionsangebote. Von morgen an kostet ein Paket Hug Darvida bei GOB nur 2 Franken. Und ein Multipack Madeleine de Comercy von Wernli nur 3,70 Franken. Ein Kilo ausländische Tomaten gibt es für nur 2,90 Franken. Ausserdem offrieren wir Ihnen diese Bratpfanne Eurocuisine mit Antihaftbeschichtung für nur 10 Franken. Zum Schluss habe ich noch eine Gratulation. Die Go-Versicherung feiert nämlich dieses Jahr ihren 75. Geburtstag. Die Jubilarin ist allerdings frischer denn je und versichert alle für alles, ob Kinder, Risiko, Krankenvorsorge und selbstverständlich leben. Was das alles ist und weitere Informationen, bekommen Sie am Telefon unter GOB-Versicherung. Mit diesem Hinweis bin ich am Schluss für heute. Ich hoffe, das GOB-Inforama hat auch für Sie einen interessanten Beitrag gehabt. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.